Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management und heute mit einem extrem wichtigen Thema, nämlich dem Single Sign-On. Das hat sich in den letzten Jahren komplett durchgesetzt und mit Sicherheit habt ihr schon mal mit Single Sign-On gearbeitet, zumindest aus der Benutzerversion oder der Benutzerperspektive heraus. Das Ganze ist eine Authentifizierungsmethode, eine sehr beliebte, die es vor allem ermöglicht, auf mehrere Anwendungen zuzugreifen mit einer einzigen Anmeldung. Und ich glaube, das war so der Punkt, der dann quasi wirklich innovativ war, weswegen man auch angefangen hat, das überall einzusetzen. Also ganz kurz zusammengefasst, warum man das eigentlich so geil findet, auch als Benutzer, aber vor allem dann natürlich auch als Unternehmen, ist einfach, wir haben eine viel verbesserte Benutzererfahrung. Also, kleines Beispiel, ihr benutzt wahrscheinlich gerade etwas, das nennt sich YouTube oder ihr benutzt die Microsoft-Dienste oder ihr benutzt Google oder ihr benutzt einen von den vielen anderen Diensten. Ihr habt Single Sign-On. Das bedeutet, ihr könnt euch bei eurem Smartphone, maybe ein Android, mit demselben Account anmelden, wie ihr das bei YouTube tut oder bei Google oder bei Google Maps oder bei tausend anderen Google-Diensten, die ich jetzt gar nicht mal alle kenne. Oder ihr habt einen einzigen Microsoft-Account und könnt euch damit überall anmelden, wo eben Microsoft drinsteht. Teilweise geht das sogar dann extern. Und hier sind zum Beispiel Google, Microsoft, Apple etc. natürlich ziemlich weit verbreitet. Man kann sich mittlerweile als Benutzer auch zum Beispiel bei uns auf der Bootstrap Academy mit seinem Google-Account anmelden. Und das ist natürlich für uns als Academy sehr angenehm, weil wir den ganzen Identity-Provider-Kram nicht implementieren müssen. Aber auf der anderen Seite auch für euch als Benutzer sehr, sehr angenehm, weil ihr natürlich dann einfach nur sagen müsst, ja gut, ich logge mich ein. Und das ist im Endeffekt Single Sign-On. Wir haben also eine viel verbesserte Benutzer-Erfahrung, weniger Support-Anfragen dadurch einfach, weil wir das nicht bearbeiten müssen und dadurch auch gesteigerte Sicherheit. Denn wir verlassen uns im Endeffekt auf den Identity-Provider, wobei wir darüber streiten können, wenn wir jetzt natürlich einen unsicheren Identity-Provider wählen. Ist das ein Problem? Klar. Aber ja, insgesamt macht das alles eigentlich einfacher. Ganz kurz zu dem Prinzip. Ich habe es schon ziemlich gut erläutert eigentlich, aber wir haben den Benutzer, der sich irgendwo anmelden möchte. Das sind die Services. Also zum Beispiel die Bootstrap Academy wäre ein Service-Provider. Wir stellen Fortbildungen zur Verfügung oder eben Lernmaterialien für euch. Und jetzt haben wir einen Identity-Provider dazwischen. Ihr könnt zum Beispiel euch auch bei der Bootstrap Academy mit eurem ganz normalen Passwort und E-Mail-Adresse anmelden. Ihr könnt aber auch den Google-Account benutzen. Und in dem Fall ist Google unser Identity-Provider. Wir können hier mehrere Identity-Provider zur Verfügung stellen und jeder kann sich aussuchen, welchen er davon benutzen möchte. Wichtig ist allerdings hier, es herrscht ein Vertrauensverhältnis. Der Benutzer vertraut dem Identity-Provider, weil der Identity-Provider hat am Ende die ganzen Daten, also die Login-Daten, E-Mail-Adresse, Passwort, mehr Faktor-Authentifikation und so weiter und so fort. Das liegt alles beim Identity-Provider, nicht mehr beim Service-Provider. Während der Service-Provider muss auch dem Identity-Provider vertrauen. Denn wenn wir als Bootstrap Academy davon ausgehen, dass Google permanent gehackt wird, dann können wir natürlich nicht guten Gewissens zulassen, dass ihr euch mit eurem Google-Account anmeldet. Das sind alles so offensichtliche Dinge. Man muss aber natürlich reflektieren, will man das in seiner Applikation haben? Welchem Anbieter kann man eigentlich vertrauen? Wenn Google gehackt wird, haben wir wahrscheinlich ein weit größeres Problem, als dass Leute irgendwie in eurem Namen Punkte verarmen können oder Morph-Coins ausgeben können bei der Academy. Ich glaube, dann haben wir alle sehr viele andere Probleme noch. Deswegen vertrauen wir zum Beispiel jetzt Google. Und ja, hier gibt es einige Standards. Und ich möchte mal mit euch drei Standards durchgehen. Nicht im Fall von Google, sondern im Beispiel von Azure, also dem Cloud-Dienst von Microsoft. Warum? Weil die alle drei Arten, die ich euch zeigen möchte und vorstellen möchte, zur Verfügung stellen. Denn ja, es gibt drei Möglichkeiten, die alle so ein bisschen was Ähnliches tun, aber ein kleines bisschen auch was anderes tun. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Im ersten Fall, das ist so die Baseline, die als Grundlage gesehen wird, ist das SAML. Oder SAML. Die Security Assertion Markup Language. Damit, und das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, wir gehen da jetzt aber gleich durch, ist es eigentlich super simpel zu verstehen. Weil jeder von euch das schon mal gemacht hat. Das macht so einfach zu erklären für mich auch. Okay. Also, wir nehmen an, wir wollen auf einen Dienst zugreifen. Auf etwas, das ein Login von uns verlangt. Sagen wir einfach mal die Bootstrap Academy. Okay. Und ihr wollt euch dort mit eurem Identity Provider anmelden. Dann machen wir das zum Beispiel über SAML. Also, das ist wirklich eine Markup Language. Kann man sich auch mal angucken. Die Spezifikation ist komplett öffentlich. Und ja, eigentlich relativ angenehm zum Implementieren, sag ich mal. Das Ganze passiert erstmal so. Wir als Benutzer gehen auf den Webbrowser und rufen Bootstrap.academy auf. Und sagen, hey, ich würde mich gerne anmelden. Das ist im Endeffekt dieser Request to Source oder Access Request to Source, weil wir uns in unserem Profilbereich anmelden wollen. Sprich, wir wollen auf unser Profil zugreifen. Was wir natürlich nur dürfen, wenn wir auch angemeldet sind. Ja. So. Dann kommen wir einfach auf eine Web-App, die als Service Provider dient. Das ist im Endeffekt die Academy. Und euer Profil damit. Und dort wird dann ein Sammel-Authorization-Request generiert und an das Azure Active Directory geschickt. Dazu müssen wir nicht wissen, was Active Directory ist. Das ist einfach, wie die das handhaben, wie die quasi ihre Identities verwalten. Okay. Für uns als Academy oder für euch als Benutzer, wir wissen bloß, dass hier ein Sammel-Request oder Sammel-Request geschickt wurde, der uns anmelden soll. So, und jetzt ist lustig, was hier als nächstes passiert. Nämlich der User wird direkt authenticated. Und das ist das, was Sammel für euch annimmt. Das ist im Endeffekt ein Austauschprotokoll, das auf XML oder Markup basiert hier, um Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen auszutauschen. Und ja, wir haben hier uns schon direkt authentifiziert bei, in dem Fall Azure, als Active Directory oder als Identity Provider. So, und wenn wir das gemacht haben, also wenn wir uns dort zum Beispiel eingeloggt haben, oder vielleicht waren wir schon eingeloggt bei uns auf dem System und werden dann einfach dort eingeloggt, das kann der Identity Provider machen, wie er möchte. Der loggt euch dann einfach ein und generiert ein sogenanntes Sammel- oder Sammel-Token oder mehrere. Und schickt dieses Token an eurem Browser zurück. So, und dieses Token, da interagiert ihr gar nicht damit. Also ihr als Benutzer merkt das nicht mal. Das wird von eurem Browser entgegengenommen und nicht direkt zurückgeschickt an die Web-App, sondern ihr von eurem Browser aus schickt das dann an die Web-App. Und damit ist dann euer Browser authentifiziert, um eben jetzt mit dieser geschützten Web-Ressource, also in eurem Fall eurem Bootstrap-Academy-Profil sozusagen, zu interagieren. Und ja, dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Der Web-App-Service-Provider muss jetzt natürlich hier erstmal das Sammel-Response-Token und die insgesamte Antwort, weil die einfach nur weitergeleitet wurde, verifizieren. Das heißt, der guckt, ist das jetzt ein gültiges Login-Ding? Und falls das so ist, dann wird man eben weitergeleitet und kommt auf sein Profil. Genau, das ist der Weg, den man geht, wenn man jetzt mit Sammel sich authentifiziert. Und das hat einen riesigen Vorteil, denn Sammel ist halt ein XML-basiertes Protokoll. Es ist aber vor allem ein Protokoll. Das bedeutet, ich kann tausende Sachen anpassen. Ich könnte euch eine ganze Tutorial-Reihe zu Sammel alleine bieten. Und das macht es halt so mächtig. Wir können alles einstellen und alles anpassen, so wie wir das brauchen. Aber dadurch ist es auch eben sehr komplex und fehleranfällig. Und Fehleranfälligkeit ist nichts, was wir gerade bei der Identifikation von den Usern, also sprich bei der Kommunikation mit dem Identity Provider, wollen. Wir wollen es so einfach wie möglich halten. Wir wollen, dass so wenig passieren kann wie möglich, damit wir eben keine Angriffe machen können. Weil sonst, wenn wir hier in diesem kleinen Beispiel irgendwas kaputt machen, dann kann sich zum Beispiel jemand von euch einfach als ich einloggen und dann halt Sachen machen, die ein Admin nur machen kann. Das ist doof und sollte vermieden werden. Und zwar dringend. Und deswegen sollten wir das auf gar keinen Fall einfach so machen, wenn wir nicht genau wissen, was wir eigentlich da tun. Einfacher ist da ein kleines bisschen O-Out. Oder genauer gesagt O-Out 2. Das ist die Version, die man eigentlich benutzt. Ich sage immer O-Out. Wir reden aber normalerweise immer von O-Out 2, wenn wir da drüber reden. O-Out 2. Und ja, jetzt weiß ich, oder jetzt wisst ihr auch, warum ich unbedingt Azure verwenden wollte. O-Out 2. Und am Ende auch noch OpenID Connect gibt es beide als Bilder bei, hier, von Azure. Deswegen macht es das so unfassbar einfach. Und da kann man auch dann sehr, sehr gut irgendwie vergleichen, was mit den Bildern passiert ist. Okay, also bei O-Out, das ist im Endeffekt, ja, hier wird die Autorisierung einfach delegiert. Das heißt, man macht das nicht mehr selber. Und dadurch kann man dem Benutzer den Zugriff auf die Ressourcen einfach ermöglichen, ohne Anmeldeinformationen überhaupt weitergeben zu müssen. Das ist schon sehr, sehr knackig. Also, das ist praktisch. Und bietet dann nochmal zusätzlichen Schutz auch für den Benutzern natürlich. Genau. Das heißt, was wir machen ist, wir öffnen als Benutzer erstmal den Browser, selbstverständlich, und gehen auf Bootstrap.academy. Dann werden wir redirected, eins zu eins, einfach direkt weitergeleitet zu Azure. Das heißt, im Vergleich zu vorhin, wir sind hier noch nicht bei Azure. Wir sind hier, wir generieren den Sammel-Request bei der Bootstrap-Academy und dort wird dann der User authentifiziert. Das heißt, der User loggt sich eigentlich durch uns quasi ein. Und hier werden wir einfach weitergeleitet auf Azure. Und deswegen ist das so der Weg, der sich aktuell mehr durchgesetzt hat als Sammel. Wir werden weitergeleitet, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr, geht einfach jetzt direkt auf Bootstrap.academy und loggt euch da mit eurem Google-Account zum Beispiel ein. Dann werdet ihr weitergeleitet auf Google oder in diesem Beispiel hier auf Azure, müsst dort euch einloggen mit euren Credentials zum Beispiel oder ihr seid noch eingeloggt oder es ist halt schon soweit fertig alles und Azure beziehungsweise Google oder welchen Identity Provider auch immer ihr da habt, der generiert euch die Tokens, die ihr braucht. Und zwar einmal ein Access-Token und ein Refresh-Token. Wenn das Access-Token abläuft, kann man das Refresh-Token benutzen, um sich einfach nochmal neu zu verifizieren. Das heißt, man muss sich nicht 100.000 Mal neu einloggen. Und das Praktische ist jetzt, wir schicken nur das Access-Token, nicht das Refresh-Token, schicken wir an die Web-App. Das heißt, wir sind hier fertig und gehen einfach hier zur Web-App und dann geht es weiter und die sagt, okay, wir überprüfen das und falls das überprüft wurde, werden wir eben zum Beispiel zum Profil weitergeleitet. Wenn das Ding abläuft übrigens, dann können wir einfach ein neues Access-Token anfragen und das dann wiederum an die Web-App schicken. Also, das ist eigentlich ein relativ problemloser Fortschritt und ja, da kann man nicht allzu viel falsch machen, weil einfach mittlerweile auch die Großen euch dafür wirklich eins zu eins kopierbare Beispiele schicken. Also, eine Google-Authentifikation ist wirklich nicht mehr besonders schwer. Cool. Aber ja, es gibt noch was Drittes, was on top auf OAuth 2 gebaut wurde. Das nennt sich OpenID Connect. Das ist eine, wie gesagt, Erweiterung von OAuth 2 und ermöglicht Authentifizierung und Informationsaustausch über die Benutzeridentität. Das heißt, im Klartext sieht es ein bisschen komplizierter aus, aber technisch gesehen ist das das, was auch Google häufiger mal macht. Und, also, falls ihr schon mal selber irgendwie mit irgendwelchen Google APIs rum experimentiert habt, dann wisst ihr gleich, was ich meine. Ganz klassisch, wir gehen wieder auf den Browser, gehen auf Bootstrap Academy, gehen dann wieder zu Azure oder zu eurem Identity Provider und müssen dort dann unsere User Credentials eingeben. Und dann werden wir aber nicht direkt eingeloggt und das Access Token, Refresh Token wird generiert und alles andere bleibt gleich, sondern wir müssen hier noch die Permissions eingeben. Und das kennt ihr zum Beispiel, indem ihr zustimmen müsst, dass diese Applikation kann euer YouTube-Konto verändern oder diese Applikation kann euer YouTube, für euch YouTube-Videos hochladen. Das sind, also zum Beispiel der Bot, den ich geschrieben habe, der hat eben die Rechte zum Beispiel, Untertitel zu verändern. Ich muss jedes Mal, wenn ich mich dort einlogge, muss ich bei Google mich einloggen und sagen, ja, dieser Bot soll mir wirklich die Untertitel verändern dürfen. Das sind Permissions und dementsprechend ist das eigentlich technisch gesehen OpenID Connect und nicht mehr OAuth 2. Also dann kennt ihr so ein bisschen die drei Stufen. Je nachdem, was ihr wollt, OAuth 2 ist völlig fein für die meisten Use Cases, wenn ihr wirklich mit dem Konto allerdings interagieren wollt. Also wenn ihr zum Beispiel YouTube-Dinge verändern wollt, dann braucht ihr natürlich die Berechtigung dafür. Das heißt, OpenID Connect ist eher, wenn ihr wirklich mit dem Azure-Konto hier interagieren wollt und da auch Sachen verändern wollt dann. Und OAuth ist einfach, wenn ihr quasi, ja, das Ganze als Identity Provider verwendet wollt. Oder, ja gut, teilweise wird auch OpenID Connect benutzt, um auf die E-Mail-Adresse zuzugreifen. Aber wenn ihr die nicht braucht, reicht euch OAuth. Gut, also wir fassen einmal ganz kurz zusammen. Oder nicht zusammen, aber wir schauen mal ganz kurz nach Vorteilen, Nachteilen und Best Practices hier noch. Damit wir hier auch wirklich alles betrachtet haben. Und zwar Vorteile ganz klar. Wir haben zentralisiert die Kontrolle, beziehungsweise der Identity Provider hat die Kontrolle über die kompletten Identities. Und die armen Service Provider, die wirklich Besseres zu tun haben, müssen sich nicht auch noch damit rumschlagen. Und ja, das macht das Ganze natürlich sehr viel angenehmer. Weil es einfach auch die Angriffsfläche reduziert. Die Service Provider sind jetzt einfach längst nicht mehr so attraktive Ziele, weil sie eben gar keine Rechte haben, auf die Identity zuzugreifen, beziehungsweise sie auch gar nicht brauchen. Und wir können da wirklich Sicherheitsrichtlinien durchpeitschen, die uns wirklich helfen können. Also wir können das machen. Wir können tatsächlich hier sagen, okay, und jeder muss zum Beispiel eine Mehrfaktor-Authentifikation haben, wie Google das gemacht hat. Jetzt weiß ich, okay, wenn ich als Identity Provider Google wähle, dann haben die Leute eine MFA. Die müssen einfach. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und das ist schon ein Fortschritt. Das kann nicht jede Website von sich behaupten. Auf der anderen Seite haben wir aber mit dem Identity Provider jetzt einen Single Point of Failure geschaffen. Wenn der angegriffen wird, haben wir ein Problem. Und wir haben selbstverständlich Phishing-Angriffe genau auf diese Identity Provider. Also Phishing auf Google-Accounts ist natürlich jetzt 10.000 Mal attraktiver geworden als Phishing für Bootstrap-Academy-Accounts. Ist ja klar. Weil wenn ich einen Google-Account habe, kann ich mich noch 50.000 Mal anders anmelden. Oder bei anderen Diensten einfach. Und es bleibt immer die Gefahr, dass wir das falsch konfigurieren. Aber fairerweise, wir könnten es auch falsch programmieren, wenn wir hier die Identity Provider hier reinmurksen würden. Deswegen hier ein paar Tipps, wenn ihr das Ganze baut. Macht MFA verpflichtend, wenn das irgendwie bei euch geht, wenn ihr den Identity Provider wählen könnt. Versucht wirklich MFA durchzupeitschen. Ansonsten schaut, dass ihr irgendwie noch einen zweiten Faktor für die Service Provider benutzt. Also ihr könnt ja die Identitäten abfragen und dann sagen, hey, und hier brauchst du noch zusätzlich deinen zweiten Faktor. Also du meldest dich mit Google an und dann musst du noch trotzdem deine Übereignung, keine Ahnung, einen Link, der per E-Mail kommt, bestätigen und dich einloggen. Das geht trotzdem auch. Das kann man echt nur empfehlen, weil MFA reduziert Angriffe um so viele, ja, um so viel einfach. Und deswegen lohnt sich das. Und man sollte trotzdem dranbleiben. Man sollte immer gucken, was für Berechtigungen haben eigentlich die Leute. Welche brauchen sie? Kann man ihnen welche wegnehmen vielleicht? Das ist immer gut. Und man muss auch hier einfach das Sicherheitsbewusstsein aller Benutzer dauerhaft auf einem hohen Niveau halten. Aber das ist irgendwie permanent und immer so überall im Internet. Deswegen mache ich ja die ganzen Videos. und deswegen danke ich euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.